hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play simulation 5 ja wir hatten jetzt gerade ein paar technische probleme deswegen weiß ich auch gerade gar nicht wo wir denn jetzt so genau jetzt hat die kai hier auf jeden fall bisschen was hin und hergezogen immer mal weil wir mal gucken hier noch mal bibliothek anhauen technologie stehlen wir stehlen elektrizität und jetzt müsste es eigentlich automatisch weitergehen weil mein runden timer wieder anders gelaufen ist ok gut aus ok wenn ich noch interaktion habe geht der runden timer auf jeden fall nicht weiter natürlich auch zu wissen also bei spalig und meine öffentliche schule ja gut doch mittlerweile wieder sehr schön so und gucken was können wir machen als nächstes wir haben ja ok wir haben ja noch auf jeden einen heini ja mal so ein bisschen hier durchschieben und dann kommen wir hier auf jeden fall nochmal die alles erstmal irgendwie in richtung forschung damit wir da halt auf jeden fall irgendwie mal aufgeschlossen kommen böse bauen wir hier bauen wir so noch irgendwo minus punkte ne ne so biologie haben wir so dann heißt wir haben madrid 31 runden in osi das wir haben jetzt auf jeden fall die nächste produktion Den Kanone festigen wir zunächst einmal, oh, ganz gerne, bei Geo hätte ich ganz gerne auf jeden fall ein großes werk hier wollen wir noch ein bisschen was an kultur erhalten und internationale spiele sagen wir einmal ja und nein sagen wir nein bei dem anderen bin ich unentschlossen weil ich da halt noch eh noch keine Forschung dafür habe wir haben jetzt glaube ich Öl halt auch entdeckt da haben wir irgendwo war kein Öl bei uns ach das ist ein schlechtes Ding ne hier haben wir sieben Öl der Tundra ansonsten haben wir hier noch einmal Öl das ist nicht gut ob das was wird das weiß ich auch nicht glaube ich weiß nicht Geo immer noch bei 80 prozent ne das sind 26 technologien ja gerade den unten also Geo 273.000 Einheit an Soldaten würde ich sagen gehen wir da auf jeden Fall nochmal in den Discord und gucken wir mal was beim Rest so hier ja direkt tot Na Geo musst du wieder alles ziehen ne alles natt aber ich glaube mir wird es gerade geleckt hier ah ne jetzt wird es angenommen willst du nicht fertig machen das sagt jetzt ist die bei mir wieder nicht fertig so gerade für Freiheit gestimmt ey ich kann man doch sehen ich ja wieso stimmt man dann nicht dagegen weil den Plenemark hatten auch noch dafür gestimmt ja moin ich habe eigentlich auch ge- ja alles klar Alter ey ist das n war ein bisschen hast du jetzt ne Unzufriedenheit? ne ne ja ich habe ein bisschen Minus aber ich habe trotzdem noch Lust hm ok was ist denn hier die Frachter? lol ich kann mal Atombaffen-Sperrvertrag erst machen wenn jemand Ballistik erforscht hat ich habe die Ballistik aber erforscht schon oder? schon längst das ist die Ballistik ja vielleicht musst du dafür ne ne das macht eigentlich Sinn hast du die Ballistik erforscht? ich habe sie erforscht hm ich auch jemand ich habe jetzt die Fortgeschrittene Ballistik erforscht meinst du Ballistik oder Fortgeschrittene Ballistik? Ballistik ne Fortgeschrittene Ballistik wurde sorry Fortgeschrittene ja Vielen Dank. So, jetzt muss die Assassin noch fertig werden. Also, wer ist fertig? Junge. Mit Salz-Garganistan. Ah ja, warte. Oh, Pyramiden wurden vollendet. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Du konntest dich auch gut ausbreiten da bei dir auf dem Kontinent. Ja. Also, ich wäre dafür Brasilien als Gastgeber. Ja. Ja. Ah ja, moin, was hast du da jetzt durchgepaint, Julia? So ein Ding ist das nämlich, wenn man halt aiming hat, dann passt das. Wie viel Einfluss hast du? War genauso, wie ich dir das gesagt habe. War genau so, wie ich dir das erklärt hatte. Hä, was ist passiert? What haven't? Nichts. Ich habe mir nur Brüssel wieder geholt. Vom Einfluss her, oder was? Ja, vom Einfluss. Ah, okay, jetzt hat er gerade wieder zurückgekauft. Ah, Geo. Also Geo hat auf jeden Fall eine Atombombe in den Baum, muss man sagen. Der kann schon Frachter entzenden. Jetzt mal, kann man die Atombombe irgendwie abwehren oder geht das gar nicht? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du keine Ahnung. Das sagt jetzt nur so. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Was intelligent ist, würde ja dann sein, dass du dann deine Einheiten aus der Stadt irgendwie rausziehst. Du bist halt auf jeden Fall, ne? Nicht irgendwie in der Nähe der Stadt hast, ne? Weil sonst, ähm, jetzt ist es immer ganz, ganz schnell, ganz schnell gefährlich. Ah, da snackt er sich gleich eine Ölressource, da du. Ja, muss auch sein, ne? Ja, ich bin halt gerade mit meinem Schiff. Ich würde sagen, alles auf die Kappe. Hm, bin ich auch dafür. Bist du auch forschungstechnisch schon am weitesten? Ja, das ist 4. Wie? 56%. Das ist ja insane. Ja, wer, wie weit seid ihr denn? Also, Geo ist ja auf jeden Fall bei 81. Nein, ich bin dritter. Ich bin bei 70. Hallo, ich bin bei 63. Ja, 70. Das sind auch 11 Technologien. Mindestens 50 Runden. Wie kann ich den denn umsetzen? Das Flugzeug. Hm, so ein Weltkriegsbomb. Kann ich den umsetzen. Du kannst unten auf Stellungswechselmodus und kannst es dann zur nächsten Stadt, wenn die nah genug ist. Ach so. Nee. Geht auch nicht. Scheiße, ich kann nur eines machen. Was kannst du machen? Ich kann die Stellung dann irgendwie nicht wechseln. Vielleicht ist es dann zu weit weg. Zum Beispiel von oben, von Usinanka nach Peking müsste es auf jeden Fall gehen. Geht nicht. Ich muss auf den Namen, ne? Du musst ja, hast ja unten der Stellungswechselmodus. Ach so, okay. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ja. Du lüftest auch gerade mit einem großen Propheten durch unseren Kontinent hier. Ja. Warum denn auch nicht? Wir sind hier schon wieder ausgegangen. Oh. Oh, ich war gerade bei plus 200 äh Gold. Jetzt bin ich wieder bei 183. Hopefully. Okay. känns? I feel wins, I feel will Ertu? so und ich würde sagen so